Hey, ich bin's wieder mit einem prophetischen Wort. Das heutige Wort heißt Wiederherstellung, Wiederhergestellt. Der Herr möchte dir heute sagen, du wirst wiederhergestellt. Und wenn der Herr wiederherstellt, dann bedeutet es nicht repariert oder zurechtgebogen, sondern wiederhergestellt, neu gemacht. Und ich weiß noch gar nicht, was der Herr genau sagen möchte. Er hat mich auf Hosea 6, Vers 1 bis 3 zu dem Kapitel 6 geführt. Kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Er hat uns verletzt, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen, aber nun wird er unsere Wunden verbinden. Schon nach zwei Tagen wird er uns wieder aufrichten. Ja, am dritten Tag schenkt er uns neues Leben. Dann können wir immer in seiner Nähe sein. Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. So sicher, wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen und die Erde drängt, so gewiss wird er kommen und uns helfen. Worauf der Herr weisen möchte, ist, dass wir in diesem Vertrauen bleiben. Wie sicher, genauso wie es hier steht, wie sicher wir sind, dass morgen in der Früh die Sonne wieder aufgeht, so sicher müssen wir sein, dass der Herr mit seinen Versprechen eintreffen wird, mit seiner Hand kommen wird in unserem Leben. Und ich habe gemerkt, die letzten Worte, als erstes war Triumph, quasi Triumph über den Feind. Dann war das nächste, die genaue Positionierung, das letzte Video. Und jetzt sagt der Herr, wie der Herr gestellt, der Herr hat eine Ordnung und eine Reihenfolge, wie er arbeitet. Und je näher wir zu ihm sind, je näher du zu ihm bist, desto mehr wirst du von ihm haben, desto mehr wirst du begreifen, desto mehr kannst du empfangen. Und deswegen lass dich auch in der Zeit nicht, wo dir der Herr verspricht, dass er mit dir ist, dass du sagst, ich lehne dich komplett zurück oder ich pausiere mal ein bisschen von all dem, sondern bleib dem Herrn nahe. Und wir sollten in diesem Hunger auch bleiben, dass wir dem Herrn nahe bleiben und immer mehr von ihm wollen, immer mehr auch im Geistlichen wachsen wollen. Und der Herr möchte dich mit mehr segnen, mit mehr Salben, dass du mehr auch tragen kannst und mehr bewirken kannst, weil je mehr du dich verändern lassen hast, desto mehr konnte er in dich fühlen. Und je stärker du durch diese Feuerproben quasi durchgegangen bist, desto purer ist das, was der Herr machen möchte. Und desto mehr kannst du tragen, desto mehr kannst du bewirken. Und der Herr möchte dich auch in seinen Plänen, möchte er dich noch mehr mit einbeziehen, damit du mehr seine Stimme hörst, damit du genau weißt, was als nächstes kommt, was die Zeiten bringen, damit du auch eine Übersicht hast, auch nicht nur in deiner Umgebung oder wenn es nur um dich geht, sondern dass du auch Prophetisches empfängst, was heißt über die Nation oder dass du mehr bewirken kannst. Lass dich in der Zeit nicht vom Feind ablenken, stärke dein Glaube und nähe dich dem Herrn, damit er dich noch mehr segnen kann, damit du noch mehr bewirken kannst. Und wenn wir dem Herrn nahe bleiben, wenn wir mit ihm eins sind, im Geist, dann wird uns auch auffallen, wenn etwas Unordnung ist, wo etwas nicht richtig ist und wo etwas nicht durch den Geist Gottes ganz pur ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem Herrn nahe bleiben, weil dann werden wir nicht abgelenkt sein und falschen Wegen nachfolgen. Oder uns mit den Hindernissen oder das, was uns aufhalten möchte, werden wir uns nicht einlassen. Und wir werden uns mit dem Fokus auf dem Herrn lassen, dass er uns weiterführt. Je näher du zu dem Herrn bist, desto mehr kannst du sehen, desto mehr kannst du bewirken, desto mehr kannst du empfangen. Der Herr sagt, wiederhergestellt. Wenn der Herr wiederherstellt, dann wird das sichtbar sein in deinem Leben und das bis ins Detail, weil wir einen Gott haben, der bis ins Detail arbeitet. Und da an den Punkten vielleicht, wo du denkst, ja, das wird Gott nicht so sehr kümmern oder darauf schaut Gott nicht. Gott sagt, doch, genau auf diesem Detail schaue ich, weil vielleicht bin ich manchmal detaillierter als du, sagt der Herr. Der Herr denkt detaillierter als du. Wenn du glaubst, dass du im Detail etwas gut planen kannst, dann wirst du sehen, wie Gottes Hand es plant. Thank you, Jesus. Der Herr ist mit dir. Es steht wieder Herstellung an. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.